Ich bin in Europa Österkötou und wir besitzen Projekte, die Deutschland hier hat und ist still funding. Wir besitzen nichts Neues, aber etwas, das funktioniert. Also ich bin nicht hier um etwas zu eröffnen oder einen Bau zu beginnen, sondern um ein sehr erfolgreiches Laufen des Projekts zu sehen. Eröffnet wurde das schon vor dreieinhalb Jahren. Wir haben hier ein integriertes und funktionierendes Müllkonzept, wo sich sechs Gemeinden zusammengetan haben und die KfW, die Deutsche Durchführungsorganisation, ein komplettes integriertes Müllprojekt implementiert hat, was sehr erfolgreich läuft. Das ist ein Projekt für die Bürger, aber auch für die Umwelt und damit auch für den Tourismus in dieser wunderschönen Region der Seen und der Berge. Wir machen weiter im nationalen Rahmen. Das Parlament hat gerade einen nationalen Plan auch verabschiedet, wo Deutschland weiter investiert zusammen mit der Europäischen Union und den Schweizern um einen nationalen Müllplan zu verwirklichen. Und dieses Projekt hier, dieser sechs Gemeinden wird dabei ein vorbild sein. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Und einen letzten Satz noch, es macht Spaß hier zu sehen, dass hier die Schüler involviert sind, denn ich glaube, das eine ist zu investieren, aber das andere ist auch, dass die Bevölkerung mitmacht und dass in den Köpfen sich etwas ändert, denn ohne die Zusammenarbeit der Bürger wird es nicht funktionieren. Die Bürger müssen verstehen, dass sie mitarbeiten müssen und dass sie für gute Dienste dann auch faire preise zahlen müssen. Also nochmal, ganz herzlichen Dank an alle beteiligten hier und gratulation an die Region, die hier in Albanien vorangeht. Misser Investor, was du think about the USA, about Salih Berisha, Prime Minister of Albania? Nein, ich habe keine Kommentare hier. Ich bin hier, um dieses sehr erfolgreiches Regionalprojekt zu besuchen. Danke. Das ist, was viel Arbeit macht, auch bei den Kommunen, nicht nur in Tirana. Und alle Projekte, die wir machen, die die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten machen, arbeiten schon dorthin, nämlich europäische Standards einzuführen. Das ist, was ich für die Anpassung der Europäische Union ist, was für die Anpassung ist, dass es für die Anpassungen der Europäische Union ist, Es kommt sehr viel auf die Gemeinden auch zu, wenn es darum geht, Europäische Standards einzuführen. Es kommt sehr viel auf, wenn es darum geht, 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 dass die Bundesregierung, für die ich zunächst mal sprechen kann, hat gesagt, die Bedingungen für den Anfang der Beitrittsverhandlungen sind erfüllt. Die Europäische Kommission hat das gleiche gesagt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dazu schnell kommen werden, aber es ist eben ein Prozess der alle Mitgliedstaaten und die Europäische Union umfasst. Mein Außenminister hat gesagt, die bedingungen sind erfüllt und wir wollen Albanien und Nord-Mazedonien sehr schnell jetzt im Beitritts Prozess haben. Me lehoni që në emur të Kjeverris Federale, për cilën mua me lehojt të flas, për cilën u një jam, Kjeverria Federale ka thënë në mënyrë të përsëritur që kushtet për njësien e negociatave të antarësimit me Shqiprinë jam plëcuar tani më, po këtë i të një konfermoj e dhe Komisioni Bashkimit Evropian. Unë personalisht jam optimist për cilën e këture negociatave, por duhet patur një farë mëllur e dhe mirë kuptimi që këshë një proces të cilë kërkon dhe porcine të gjitha tete dhe antarët Bashkimit Evropian. Ministri, ashtë të në federal, por cilën u në flas, pra, është optimistit dhe ashtu që të simve Shqiprinësime me Qitërinë e vërriut, të negociatave do të njësien të shpejt. Thank you very much, you have to stop now, I'm expected. No, no, thank you very much, thank you very much, and see you later. Thank you.